Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9369 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Durch die ständigen Überstunden bin ich völlig ausgelaugt. Durch die ständigen Überstunden bin ich völlig ausgelaugt. Was ist Ihr derzeitiger Beruf und wie sehen Ihre Arbeitszeiten aus? Was ist Ihr derzeitiger Beruf und wie sehen Ihre Arbeitszeiten aus? Ich bin der Chefarzt dieser Klinik. Wir brauchen dringend mehr qualifizierte Ärzte. Ich bin der Chefarzt dieser Klinik. Wir brauchen dringend mehr qualifizierte Ärzte. KI kann in der Medizin helfen, präzisere Diagnosen zu stellen und Behandlungen zu optimieren. KI kann in der Medizin helfen, präzisere Diagnosen zu stellen und Behandlungen zu optimieren. KI kann in der Medizin helfen, präzisere Diagnosen zu optimieren. Als Influencerin hat Emily die Verantwortung, ihre Plattform für positive Botschaften zu nutzen. Als Influencerin hat Emily die Verantwortung, ihre Plattform für positive Botschaften zu nutzen. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Wann hast du das letzte Mal Tischtennis gespielt? Kannst du dich daran erinnern? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.